O. J. Simpson – Ein Leben im Rampenlicht und Schatten Orontal James Simpson, besser bekannt als O. J. Simpson, verstarb am 10. April 2024 im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Seine Familie verkündete die traurige Nachricht auf X, ehemals Twitter. Simpsons Leben war geprägt von Ruhm, Reichtum und Kontroversen, die ihn zu einer der bekanntesten und gleichzeitig umstrittensten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts machten. Geboren 1947 in San Francisco, Kalifornien, wuchs Simpson in einfachen Verhältnissen auf. Schon früh zeigte er jedoch athletisches Talent und begeisterte auf dem Footballfeld. 1969 wurde er von den Buffalo Bills in die NFL gedraftet und avancierte schnell zu einem der besten Running Backs der Liga. In seiner neunjährigen Karriere prägte er das Spiel mit seiner Schnelligkeit, Beweglichkeit und seinem explosiven Laufstil. Mit den Bills erreichte er 1974 den Super Bowl, den er jedoch gegen die Pittsburgh Steelers verlor. Nach seinem Abschied vom Profisport 1979 versuchte sich Simpson als Schauspieler und Kommentator. Er wirkte in Filmen wie Die nackte Kanone und Naked Gun 33 und ein Drittel, The Final Insult mit und war als Analyst für NBC Sports tätig. 1994 änderte sich Simpsons Leben jedoch dramatisch. Er wurde des Mordes an seiner Ex-Frau Nicole Brown Simpson und ihrem Freund Ronald Goldman angeklagt. Der anschließende Prozess entwickelte sich zu einem medialen Spektakel, das die Weltöffentlichkeit in Atem hielt. Die rassistischen Spannungen in den USA wurden durch den Fall stark politisiert, da viele Afroamerikaner in Simpson unschuldig sahen und ihn als Opfer eines rassistischen Justizsystems betrachteten. Nach einem monatelangen Prozess wurde Simpson 1995 freigesprochen. Der Freispruch sorgte für landesweite Empörung und viele Menschen waren überzeugt, dass er mit den Morden davongekommen war. In den folgenden Jahren lebte Simpson ein zurückgezogenes Leben in Florida. 2007 wurde er wegen bewaffneten Raubüberfalls und Entführung zu 33 Jahren Haft verurteilt. 2017 wurde er jedoch nach neun Jahren Haft auf Bewährung entlassen. O. J. Simpsons Leben war von Höhen und Tiefen, Ruhm und Skandalen geprägt. Er war ein begnadeter Sportler, der zu einem Symbol für die Rassenungerechtigkeit in den USA wurde. Seine Geschichte bleibt weiterhin Gegenstand von Diskussionen und Kontroversen. Nachruf O. J. Simpson war eine komplexe und widersprüchliche Figur. Er war ein charismatischer Athlet, der Millionen von Menschen begeisterte, aber auch ein Mann, der mit schweren Vorwürfen konfrontiert war. Sein Leben war ein Spiegelbild der amerikanischen Gesellschaft, mit all ihren Widersprüchen und Ungleichheiten. Obwohl Simpson in den letzten Jahren ein zurückgezogenes Leben führte, bleibt er eine der bekanntesten und umstrittensten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Seine Geschichte wird weiterhin erzählt und diskutiert werden, lange nach seinem Tod. Ruhe in Frieden O. J. Simpson O. J. Simpson